Die Schneese der Vernichtung zieht sich weiter durch diesen Mann. Willkommen zurück zu einem neuen Part Spydos Geek 3 im Dark Oatsch. Jetzt können wir zur Abwechslung mal ein paar Schuldige abschlachten. Also die, die hier in diesem Haus, die sind ja... Vielleicht kann ich hier mal ein paar rum auf dem Dach positionieren. Vielleicht kann ich so umgucken. Der Starren kommt auch noch mit runter. Keine Zeit, um zu resten. Bleib deine Distanz, Starren. Gehen. Okay, was jetzt? Wer ist das Gespräch für uns? Gehen Sie auf. Schau es aus. Es ist besser als die Knole. Nichts, was wir uns überraschen müssen. Wie ist ein Drakon? Das würde dich überraschen? Wer ist da? Bitte, steig deine Distanz. Du bist willkommen zu schützen, aber wir haben grave Anfälle, die zu tun. Wer ist das Wasser durch angegriffen? Du wurdet doch beinahe von einem Tieflingsvornamen zu Karlak gerostet, oder? Was ist das hier? Keine Sorge, ich bleibe nicht länger. Ja. Beliebe mir. Sie ist kein Tiefling, sondern ein Dävel. Wir waren glücklich, zu erheben. Nur gestern, der Dävel Karlak schlugte viele Flüchtlinge. Eine ganze Familie hat ihren Ende in ihren Händen gefunden. Insbesondere eine älteren Mutter. Wir waren glücklich, unsere Begründung mit ihr zu leben. Ich habe außerdem ihre Rüstung an. Sie ist schlecht und ich gebe euch jetzt den Rest. Er hat sogar den Geschossfang. So, beißen können wir gerade nicht. Schade. Ein Fehlschlag. Fantastisch. Der Schaden. Der Schaden. Was passiert hier oben? Ich werde mich hier mal ein bisschen einlöschen. Ich muss sie auch mal hinzucken lassen. Na bitte. Ach du Scheiße, was ist mit mir los? Ich brauche mal ein bisschen Heilung. Wir werden hier unten abgeschlachtet. Na gut. Mit der Hälterin sollten wir mal hier unten gehen. Und mit dem Schattenherz noch nicht teil. Na fantastisch. Da sind die unten. Das war vielleicht nicht die beste Taktik. Ähm. Ähm. Hier ist ein Limit. Ich bin unter Ressourcen. Tja. Das trifft nicht optimal, aber... Ich darf keine Rüstung tragen. Ja toll. Ich kann mal hier unten ein bisschen helfen. In der nächsten Runde. Ich bin mit Ressourcen. Ich bin mit Ressourcen. Ich bin da drüben. Es gibt das Gegenteil. Um den Weg zu ihm. Ich kann nicht gewinnen, was gerade so ein Mist. Ich kann mal jemand aufhelfen, sehr schön, lange Raste, kurze Raste schon verbraucht, jetzt gehen wir mal lupen und dann machen wir mal eine lange Raste, die möglich ist. Schwer der Gerichtigkeit, Anti-Rüstung brauchen wir nicht. Ja, nichts hier. Erst mal kurz, nee, kann sie nicht. Das Astarion hier ist noch richtig so gelöst und dabei stirbt. Zwei Antamer, nehme ich mal mit. So, ist nix. Okay, eine haben wir hier noch. Und jetzt noch eine tolle Schriftbrille, um wiederbeleben, was wir irgendwie nicht nutzen konnten. So ein langer Rast, wie möglich ist es. Ich habe überhaupt nichts gesagt, ich brauchte ihr Hilfe, schweigen wir gehen. Wir brauchen die noch. Hallo, Tanne 4. Gutes Buch, was in einem, wenn war das, wenn niemanden in dieser Gruppe töten. Natürlich bin ich nicht. Wie lange bin ich das? Es kommt zu dir. Okay, würde es euch abnehmen, was für Geheimnisse. Können wir irgendwas tun, dann hört auf was zu lesen. Ja, konzentrieren wir uns bis auf das Wesentliche mit aufgeben. Vielleicht findet ihr einen Weg, was hofft ihr denn daran zu finden. Ich könnte es nehmen, wenn ihr wollt. Es ist ein Buch von Necromancy, voll von Geheimnis über Kontrollen die Geheimnis. Und die Geheimnis zu leben. Und wer weiß was anderes. Was ist hier drin, könnte es mir einen Weg geben, über meinen alten Kassadur. Oder mich frei von ihm entierlich. Aber ich kann nicht mehr Progresse, als ob die Geheimnisse die Geheimnisse erinnern. Das ist ein bisschen besser, ist es. Es scheint, dass sie alle wissen. Aber noch, wenn nichts anderes, vielleicht kann ich Cazador mit ihm schlafen. Hm. Das ist ein bisschen besser, das ist nicht. Ich weiß, ich habe nur gedacht, über dich, zu erinnern, unsere kleine Verkaufung in der Nacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin sehr dankbar. Es hat mich über die anderen gedacht, wie sie das machen können. Und nicht, dass niemand voluntiert hat. Es ist nur eine Eidelfanzi. Nein, das ist das. Ich kann sie nicht richtig herausfinden. Schau, Shadowheart, zum Beispiel. Sie schlägt mich als eine... ...hevye, enigmatische Flamme. Vintage-Port auf zwei Legen. Aber das Gif... Was in der Hölle würde sie so nennen? Hm. Bestimmt exotisch wie Gehör aus Am. Ich würde ein Bier vorziehen, wenn es euch einerlei ist. Oh. Oh. Das klingt sehr interessant. Ich bin fast überzeugt. Das ist doch alles theoretisch gemeint, nicht wahr? Statt... Start die Leute nicht an. Ihr macht sie nervös. Könnt euch euch bewegen, jemanden zu töten, der wenig an uns nicht ist. Nein. Niemand wird getötet. Ich schwöre. Wir sind nur zwei Freunde, die sprechen. Also... ...in spirit der theoretischen Fragen... Wir brauchen alle noch. Ich esse viel lieber Fleisch als Blut... ...wenn ich müsste Schattenherz... ...wenn ich würde ich wählen. ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...kostig, ...wenn ich... ...wenn ich... ...konsten. Ah ja, jemand hat in dem Lager gesprächsbedaubt. Das Lager ist ziemlich fair. Schattenherz. Das ist Tharion. Da gucken wir zu. Ich hab damit schon mal jemanden verscheucht. Und dann nur noch zwei Teammitglieder habe. Gut, dass es nicht geklappt hat. Oder auch schlecht. Das ist 20. Sie wird sie bekommen. Du siehst, sie versuchen zu verstehen, was gerade passiert. Sie schlussend beiget ihr Gottes für Gelegenheit. Schaar. Schubert, sag mir einfach was sie verwendet. Sie sind für uns abhängig. 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 Wenn in allen Höhen soll das heißen. Was in allen Höhen soll das heißen? Ihr seid mal hier. Verdammt, es wird auch Zeit, dass jemand meine göttliche Verderbtheit zu würden weiß. Verschwimmelt? Das müsste auch ein Albtraum sein. Mein Kopf geht schlecht. Nicht sehr schlecht. Wie wisst ihr davon? Oh! Einer Hölle von Butler. Der größte unprinzipielle Servant, der du aufhörst. Du hast immer... ...ohh... ...ohh... ...und dir selbst selbst ohne mich. Ich habe dich gefunden, nach dem Stint von diesem Baden. Sie hat sich über die Flüge über die Flüge wie ein Stück von... ...Dogmark auf der Straße. Aha. Und ich kann ihre Blütingangeweide immer noch wittern. Welch liebiges Aroma hat ihr bewirkt, dass ich sie getötet habe? Ich habe sie nicht getötet. Das passiert, als ich geschlagen habe. Es war eine Wonne, sie vor allen zu töten. Ja. Ja. Ich habe sie nicht getötet. Ich habe sie nicht getötet. Ich habe sie nicht getötet. Ich habe sie wieder einmal mit einem Teil von Ihrer... ...drecklichen Inheritanz. Ich habe sie gewonnen, ...und die Flüge durch die Flüge die Flüge wettet. Ich habe sie gewonnen, dass ihr gewonnen hat, weil sie eine gewisse Ein Freund von Ihrer über deine Worte ist lange nicht. Ich kann nicht warten bis zum nächsten Verrückter Ich auch nicht. Ich werde mir alles über mein frühes Leben erzählen. Es wird keine weiteren Barbarien mehr geben. Sagt Baba. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich gebe es schon jetzt vor mir, weil ich sie getötet habe. Der Preis kommt doch wohl nicht von meiner Leiche... Larve... Leiche? Du kannst es nicht ermöglichen. Sei dir selbst wahr, meine Frau. Wenn sie es gut abschlachten sollen. Als mit dem Schatten einmal pro Zug gilt, wenn du ein Gegner tötest, fühlst du dich in... ...utümliche Dunkelheit und wirst du zwei Züge langen unsichtbar. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie das zu dem barbaren Gewand passt. Aber okay. Da haben wir noch Färbemittel. Was anderes als Rot. Als orange Rot. Schlammiges Rot haben wir. Schon besser. Irgendwann kriegen wir schwarz und wir haben das noch ganz dunkel. Na dann. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate Astarian? A Sweetheart perhaps? No Sweethearts, no. I prefer them savoring. This is what I get for trying to strike up conversation. Gibt's hier noch irgendwas zu muten? Und das man speichert? Wir sollten mal die, äh... vielleicht in der Gnose rupen. Die auch mal ein paar. Und die Körner. Mal die Körner. Und die neue Uhren. Und die amnächst bei. Auf dem Weg zu Karnach haben wir noch etwas liegen lassen. 6 bis 6 Schaden, Tyrus-Schutz. Einer von denen ist gebrochen. Ein Kriegshammer. Können Sie damit umgehen? 6 bis 6 Schaden. Ja, Schwerd und Ungelübt. Ein großes Schwerd dazu gerade. Was könnte sie tragen? Habe ich den Hammer hingepackt? Ich will mich nicht fallen lassen, oder was? Ich will nicht sehen, dass es nichts ist. Es ist kein Zeitpunkt, um es zu verbrauchen. Die Schwerden werden gut gemacht. Können Sie damit umgehen? Ah, nein, das ist ... Wir brauchen eine andere Waffe für ... Schattenherz Nein, sehe ich nicht Irgendwie ein Sperr oder so Irgendwo haben Kampfstab Mit Kampfstaben kann es umgehen Einige Auf dem Weg können wir noch einiges liegen lassen Hier ist Karlachs Leiche Wollen wir die noch mitnehmen? Die Verpulze Aufheben war unmöglich zu schwer Hier waren die ganze Limone Ein bisschen Nahrung mitnehmen Kaschmuckfrott und Essen Das wollen wir nicht Gut Dankeschmert Naja Wollen wir jetzt auch nicht so genut Lieferbefehle Und das Blankstück, das Ich bin nicht so genutzt Ich bin nicht so glücklich wenn du das sagst Dann würdest du das sagen? Oh, aber immer kretsen Sie liebt das Zählstück Vielleicht schon. Hm, ein Speer. Richtig besser als der... Was ist jetzt der Stab? Nee, ist er nicht. Und bald ist der Stab. Ach, dass die mal am Weg stehen. Kassdor ist nicht... Er hat mich seit ungefähr 200 Jahren gedreht. Ein Vampik. Manchmal hat er uns gebeten, um zur Tortur. Alles, was ich frage, ist, dass du deine Augen örtest. Und schau dir was, was du... Was mehr kann ich fragen? Gut, kommen wir noch. Sehr schön. Da drüben waren wir noch nicht. Kommen wir auch mal von dieser Seite rein. Wollt ihr nicht kursiert werden? Schmuck! Was ist bürger. Wie wird das noch mit? Schmuck! Ich muss jetzt mal ins Gespräch reinladen. Spielen, was wir jetzt mit kapieren, dass wir hier sind. Er war wohl nicht für die Art von Arbeit gemacht. Das ist nur ein Höhlenweil los. Ein Beileid. Nur ein Kerl würde krank überfallen. Ich würde, dass die Kugel deinem Herz insofern pierst. Ein Massaker. Dramatische Goblinen schlauert die Leute. Bitte, lass mich einfach sein. Hier kommt die Nachwut. Ich werde es nicht instant angreifen, aber... früher, später. Wenn wir sie jetzt looten, dann wird es anklicken, wird es anklicken. Dann machen wir es mal nicht direkt. Ich höre schreit. Jemand braucht Hilfe. Wir werden diese Spire nicht rausziehen. Du bist besser aus, zu helfen, dass jemanden in der Mitte geholfen wird. Wir werden die Stärkung bleiben, aber... Und nicht nur in die Trümmer wegschießen. Nein! Was ist hier passiert? Stärke haben wir. Sehr schön. Oder so. Da gibt es noch ein Haus. Ich gehe mal hier rein. Ein bisschen Geld mit ihm. Sie bauen das Geld vor nicht mehr. Kaputte Tür. Noch kaputte jetzt. Autsch. Wo sind wir? Ach so, wir gehen hier durch die Vordertür. Natürlich. Mückenlösfeuer. Ich könnte ihn jetzt mal befreien können. Ist doch nicht so schwer. Ja. Jetzt hoffe ich doch. Genau, ein bisschen unten. In den Kisten vielleicht noch was drin. Guck mal, warum nicht essen. Die Becken auch zerstören. Und das war das Feuer. Eine Kerze nur hier. Nichts wichtiges. Eine 6. Ich muss mal, wenn es die Bohnen noch was hinbekommt. Ja, das ist 20. Ein Grund zur Aufregung. Ein Lashes hier. Das ist noch ein bisschen Geld. Ein Zug Klippi der Erde. Okay, wie komme ich denn jetzt hier am schlimmsten wieder raus? Ja, das ist noch ein bisschen. Das ist noch ein glassesch. Das ist noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen. Ja, das ist noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen. Ein bisschen. Yo hab sie nicht noch etwas Opferle gemacht. Das ist noch ein bisschen. Guck mal, dass wir uns wie ein bisschen wie ein paar Tiere, Eine Sähe steht noch oben. Die Sähe, du Kinder. Muss ich jemand anderen suchen? Die Sähe, um zu arbeiten. Okay, die haben aber nicht abgeschlachtet. Das ist etwas Interessantes. Ui. Verderbliche Drohleiderrüstung. Verderblicher und verglichener. Nehmen wir mal mit. So, das ist noch 12. Vielleicht kein Herz das tragen. Umgang mit Kriegszacken und drei Zacken angeebt. Verdammt. Ich hätte gehofft. Ich kann sie ja noch lernen. Und ich ging mal auf die beiden Palatine. Den ich dafür gebrauchen kann. Es ist noch das 12. Irgendwie schlecht. Nein. Nein, egal. Ich kann nicht tragen. Ich kann nicht tragen. Ich kann nicht tragen. Ich habe dir nichts hingebracht. Ach, wie geil. Halt mich doch auf. Ich habe dich selbst. Du bist beobacht. Ich habe dich selbst. Ich habe dich selbst. Du bist beobacht. Du bist beobacht. Ich habe dich selbst. Ich hätte bestimmt die Motive haben. Das ist ein Moment. Okay. Der ist eine Bedeutung. Wo ist der Glaser eigentlich? Sie steht noch oben irgendwo drin. Jetzt kann ich mal raus. Ich bin schnauig. Jetzt können wir beide noten, nein sie hat nur ein Wassereimer mit dabei Schade Man sieht einen schönen Schild Wenn du siehst, brauchst du ein Schild Oh ja Schattenherz Plus 2 Ich würde mal sagen, nächster Unterhalt Komplen Lager Hier ist ein Weg runter Weg runter Weg runter deckt Hier waren wir noch nicht Dann sehen wir später lang Jetzt den Bergkurs Den Bergkurs in Blank Jetzt zur Brücke zurück Genau hier müssen wir hin Zur Stütztdorf Einmal schnell reisen Da hinten vermisse ich hier im Spiel Auf den Raphael Vielleicht hat der Mitgekriegt was wir getan haben Und Wenn wir mit uns nichts zu tun haben Und warte hier liegt der Mit der Böbeldung Nun den wir durch die interrup worries haben Da ist das Böbeldung camp würde ich sagen dann kommen wir danach hier zum zum sumpf da geht es weiter ich glaube hier war noch irgendwo in der nähe oder hier irgendwo erst mal komplett camp freunden wir uns mit den komplettes an in die richtung nichts weiter zum zum sumpf erstmal die missetaten speichern über schon begangen haben oh ist das so wow look what the rat dragged in Ich weiß etwas, was Ragslin will hören. Ja? Was ist das? Ich bin in ein paar Druid's Grove. Das ist Springling. Jetzt überlebe ich, damit ich auch Ragslin kann sagen. Hold on. Wo sind die Raiders? Mord. Alle letzte. Ragslin's Drow-Friend wird nicht glücklich zu hören. Ja, ich halte nichts davon an reinzusperren. Hoffentlich taubt sie auf was. Schwenk mit den Schultern zucken. Okay, die schlachten waren auch nicht ab. Vielleicht später. Was ist das? Was ist das? Möge meine Sprache. Möge meine Sprache. Möge meine Sprache. Die Sprache ist irresistible. Du herausstabst die Ungerwärmungige Autorität, die du von den anderen benutzt hast, nur infinitisch stärker. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then, there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale, young woman with even paler eyes. These are my chosen. They, they, aid their searcher. Although, I don't know. And you will be worried and decide in my presence. In my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. The voice is called. The artifact's doing. This voice, this vision, what's just happened. The artifact's trying. The artifact's trying. Whatever power the artifact possesses, it shows no sign of it now. Another writer here. Another writer here. Sounds like they've captured themselves a bard. Oh, the brilliant man. Oh. This guy. 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 Let me talk. I don't know this guy. Oh, you're a coward. I don't know this guy. You're a coward. Gobletkind hat Reduced them to cowling Filfeni So, raise it your goblets And drain them with pride Draw Raxlin The true soul Had let you go out Bravo Den Unitet of massacre check Fragul Galido You don't know the language Bravo Run from the stage Go away I never You move on Do what she says Now Where was I Wait a tick A friend of yours Suddenly not What are you doing I'm busy here You lying To you Never Come Let's continue our palette Draw Raxlin Draw Raxlin Draw Raxlin Um I am Draw Raxlin Um 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 You broke him Wait Uh Draw Raxlin We pay We Come on pigeon Back to your cage Look what you've done I But We should have to save it Madame Glad that you found us all right Orange rubbing elbows with gorps isn't it Still getting used to it Ah ja, hier ist ein Händler. Ich müsste mal wieder verkaufen. Meine Leiterat. Stiefel des Beistands und Hosts. Für das Schuh. Anschluss des Bogenschießens. Nicht schlecht. Ruhlschwert. Felgerüstung. Großartig Nückel. Verdammtes Sommer. Ich glaube, vielleicht gebrauchen irgendwann. Erstmal müssen wir hier unser Lens zurück. Jetzt kommen dann Sachen, wenn wir ihn gerne annehmen. Die ganzen Mist hier loswerden. Ein Wettbewerb. Dann können wir noch einmal. Irgendwie Mäge. Das behalten wir erst mal. mit schrotz zu klumpen komische flasche schmackfülle stiefel behalten ja die legerrüstung jetzt auch nicht so verdrohtes essen sehr schön große knippe das könnte schatten herz gebraucht werden verdammt das haben wir nämlich erst mal klingen schrecken uns jeder treffer für das ziel mit leben der furcht ich denke noch was was ich berufe stiefel des beistands ok das ist auch was für schatten herz sprungweite ist um 1,5 erhöht du bist im umgang mit langbogen und kurzbogen geübt und fernkampfwürfel für zwei schaden ja ich weiß nicht sie so koffe diese waffe kehrt zu ihrem besitzer zurück wenn sie geworfen wurde nicht schlecht schicke ich jetzt rettungswürfe plus 402 nicht ohne selten und das ist ungewöhnlich ja warum eigentlich gerade nicht das ist eine gute schmer die rüstung können wir gebrauchen keine ahnung für wen ich verkaufe mal ein paar schrifträume zusammen dort habe ich schon standardmäßig ich verkaufe die erst mal 49 zu wenig und stapelteilen ein ICM-Bödel können wir verkaufen und 10 geben das kostet aber viel hier den fisch nehmen wir noch mit dazu oder so viel will ich den nicht geben oh je ok das sind winter jura sprung den nehme ich erst mal verdammtes hammer können sie vielleicht erst mal kriegen der ist bestimmt besser zur rüstung weg ist die wird auch mehr sehr schicke ich den rettungswürfe ja ich glaube das ist ganz gut wenn es hässlich aussieht ich muss hier mal ein bisschen sortieren dass das nicht so zerstreut ist dass das nicht so zerstreut ist das einschränken das würde ich auch mal ins lager noch legen so übersichtlicher das 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 ist das Das ist der beste Senativen, der es ist! Böse! Hey! Hey! Du wirst mich nicht für keine Reine Kein Weg! Ich trinke! Das ist was ich sage! Du wirst mich schlafen, Leute! Ich würde es schlafen in den Waldpens, aber dieser Ort ist eine verrückte Haus jetzt! Das schmeckt lecker! Ich freue mich auf die Sicht! Ich sehe in diesen neuen Brechern, nicht ich? Schmucklich trifft es nicht ganz grauenhaft, vielleicht... Puppestylist, nicht wahr? Sie hat ihn aus diesem Dwarf, den wir kooken. Nehmt es nicht persönlich. Also, wenn meine Freundin Gricka was dead, und ich was hungry, ich hätte ihn, aber es schmeckt richtig gut, auch. Es ist gut meat, wenn man es bekommt. Und besser als ein Schmuck, wie ein Schmuck. Schmuck, wie ein Schmuck. Nichts in seine Hände, außer ein paar Coins, und ein paar schmuckige Poemen. Ein Geil, du kannst. Aber es sieht alles, was du bekommst. Für alles, was ich weiß, ist das kleine Rost, das was... Als das Symbol schlägt, die Kraft schlägt durch dich. Oder die Ritualität. Zwerg täuschen ist aus meinem Klan. Das ist der Trailer, der meist-mieseste Badefil-Rums. Ich kann übernehmen seine Gedanken lesen. Die Absolute bittet nicht, schon gar nicht zweimal. Zwei, das kriegen wir mal hin. Was ist der Grund? Nein, ich kann übernehmen. Natürlich, ich würde nichts aus der absolute! Eine Schmuck schlägt sich durch die Vision. Und eine Kakier-Schmuck schlägt dir. Du bist gewidemý. Du bist liebbar. Du bist liebbar. Du wirst der Party, Boss. Also ein Gericht. Das ist der Kirche. Ich hab geschümmt. Und ein... der Junge ist. Na, das und mehr. Na ja, was... Zunächst, das ist kein München, das ist nur Indien. Das ist der größte Spiel seitdem die Ege sprühten, Mann. Du musst nur auf den Kuchen nach den Kuchen und durch die Posten. Aber das ist nicht alles. Du musst es schnell machen und alleine machen. Wenn du irgendwelche Freunden instattest, dann verlierst du. Wenn du Zeit ausstattest, dann verlierst du. Es ist einfach. Es ist nicht so. Es ist besser, als wenn du den Böden bist. Ach bitte, schließen wir den richtigen Wert ab 300. Dann preis das noch mal. Okay, Vorsicht. Okay, wie schwächen wir die da dann? Na komm. Da langs. Nein, nicht zurück hier. Nein, nein, ah, verdammt. Seid hier. Ich werde zugefahren bleiben. Das ist ein bisschen dumm. Das ist ein bisschen. Das ist ein Gang. Das hat nicht sogar gedreht. Das ist ein bisschen. Ich werde es nicht mehr versuchen. Können wir es mal versuchen. Oh, es ist ein bisschen schlafen. Das ist die Spirit. Wir beginnen ein neues Spiel. Es ist ein Lung hier. Nein, es ist ein Lung. Das Lung. Das Lung. Ich habe das schon bereit. Da lang. Nur einer. Das ist schon fertig. Komm her. Ich habe einen Mordleren. Gehen können gebrochen werden genau wie ich um den Knochen Well, if it ain't our fledgling chicken chaser, got a taste for the game Okay We will talk about the Elm there again Is there a lock? I need to give it We have managed You notice a shiver run through his feathered coat Fear, a desperate longing for the safety of his nest But his mother is gone, taken All that's left are these creatures Hand out so that the dog follows the wild The cub tilts his head He is considering it, the cub seems anxious to leave But afraid to defile the goblin They have to be dealt with one way or the other What do we have here? The druids The druids If we win the future, I think we will be the druids We will fight Here is another game Here I think I don't think that it is a fact that you are just from hell Under my stifles I don't think that you are better than the others Well, not us You better learn your play Go on Kiss me Or I'll wipe that nasty look off your face Fake skull Kiss me the foot That is something What the hell What the hell would be? I'll kick the foot That is Fenton Da kommen wir noch weiter, die im Lützchen. Okay, das kann man nicht nennen. Die Kürtenzweig kriegen wir auch nicht. Ach, die anderen sollen auch mitkommen. Ich bin ja noch wegen des Hühner-Jagdspiels. Wo sind denn die anderen? Wo ist es zu weit entfernt? Alleine mache ich das hier aber nicht. Esther trinkt sie. Absolut, dass du ein Wurm wie du hast. Du hast dich gewonnen, zu hören. Dein Boss und Tristus. Die Stature sind wohl. So, dann muss ich diesen Part aber an dieser Stelle mal beenden. Die Zeit ist erreicht. Im nächsten Part gehen wir hier mal ins Ende des Goblinals. Und ja, schauen mal, wie wir hier uns mit denen anfreunden können. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.